So, okay. Auch mit dem Zeug noch verliebt? Ja. Okay. Was ist denn jetzt beim August, richtig? August, jawohl. Nummer 7, ne? Ne, 8. 8, okay. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Fanpost-Video. Jetzt haben wir die Nummer 8. Ey, das ist total passend, ne? 8. August. August ist der 8. Monat im Jahr. Und ja, das ist cool, oder? Das sind jetzt die Briefe aus dem August 2015. Falls euer Brief nicht dabei sein sollte, wir haben hier noch einen Stapel, wo Briefe dabei sind und Päckchen, wo wir das Datum nicht erkennen können. Deswegen seid nicht traurig, wenn euer Brief in den letzten 2 Videos und in diesem jetzt nicht vorkommt. Er ist dann bestimmt noch in diesem Stapel. Wir beginnen mit diesem Brief. Da steht leider kein Abdehner drauf. Aber du kannst da mal aufmachen und dann schauen. Hast du noch eine Brossenschere? Nein, das schaffe ich so. Auf jeden Fall einen Rückumschlag dabei. Das ist sehr, sehr gut. Von Luise aus Berlin. Ja, aus Berlin. Liebe Anja, ich bin Luise, 12 Jahre alt und komme aus Berlin. Du bist ein riesen Vorbild für mich. Und du und Solido, ihr passt einfach mega gut zusammen. Ich selber reite schon seit Dezember und liebe es. Ich reite auf einer Stute, die Morvin heißt und ich liebe sie abgöttisch. Nur meine Eltern wollen das nicht einsehen. Naja, jedenfalls ist sie auch ein Welch und sieben Jahre alt. Wenn du mal wieder Bilder von ihr sehen willst, kannst du ja auf meinem Instagram Account vorbeischauen. Love unterstrich Morvin. Außerdem würde ich gerne ein Bild von dir und Solido mit Unterschrift haben. Und vielleicht, wenn es geht, von Jenny und Mambo und Damiana und Diamiro auch. Danke, liebe Grüße Luise. PS, hoffentlich liest du ihn. Ja, das ist total süß, liebe Luise. Vielen lieben Dank dafür. Es ist für mich ein bisschen schwierig, Autogramme von anderen Webstars mitzuschicken, weil die halt alle nicht in meiner Nähe wohnen. Das heißt, ich kann dir leider von Jenny und Damiana keine Autogramme schicken. Aber von mir natürlich schon. Da ist auch der Rückumschlag sehr gut, den du beigelegt hast. Denn dann kriege ich das auf jeden Fall hin. Ich habe hier einen Brief von Sarah aus Leopoldshöhe. Den mache ich jetzt mal auf. Der ist auch relativ dick dafür, dass er so klein ist. Wow. Trick. Da haben wir ein Lumenband in ganz vielen Farben. So sieht das aus. Ich ziehe es mir auch mal an. Ich hoffe halt, dass das hier nicht durchreißt. Oder macht man das? Aber das ist halt ein Verschluss. Ja, aber... Ach ne. Das ist extra so. Ich hoffe halt, dass das nicht auseinanderreißt. So. Hab ich an, vielen Dank. Da ist aber noch eins drin. Ja, da ist noch was drin. Aber es ist kein Band. Es ist vielleicht ein Ring oder so. Also ich zeige es erstmal so. Sieht das aus. Schön bunt. Sie wird ja vielleicht dazu schreiben, was es genau ist. Ich dachte gerade 500 Euro. Mhm. Es ist ein 500 Euro Schein mit einem Bild von Suni du und mir drin. Siehst du? Ach witzig. Das ist ja auch mal eine sehr lustige Idee. Auf jeden Fall. Ich dachte jetzt erstmal, warum bekomme ich Geld geschenkt. Hier ist ein Eisbistal mit Fotos von... Also auf jeden Fall ist Granatschlitter drin. So die drin. Das ist Ducento. Das ist Vamara. Ja. Mit vielen verschiedenen Pferden, die ich irgendwie Margeritten bin oder die mir gehören. Ja. Vielen lieben Dank. Und das hier ist... Ah, das sind die gleichen Fotos. In Seifenblasen. Lustig. So sieht das aus. Vielen Dank erstmal dafür. Okay. Und das ist noch der... Ah, der Rückumschlag ist auch dabei. Das ist sehr, sehr gut. Lustig, ne? Die Bilder. Das finde ich ja cool, ne? Ja, das finde ich cool. Sie schreibt, liebe Anja, im Grunde genommen weiß sie gar nicht, wie sie diesen Brief anfangen soll. Sie wollte nur mal loswerden, dass ich ein super toller und wichtiger Mensch in ihrem Leben bin. Immer wenn sie schlecht gelaunt von der Schule kommt, guckt sie sich eins meiner Videos an und ist wieder glücklich. Und dafür möchte sie mir ein fettes Danke sagen. Das ist das fette Danke. Süß. Ich mache nicht nur sie glücklich, sondern auch noch 28.714 Stand 14.08.2015 19.03. Mensch. Es passt jetzt zwar nicht, aber sie liebt meine Haare. Sie sind so schön lang. Außerdem wollte sie schon immer blond sein. Und solange Haare versucht sie sich jetzt auch wachsen zu lassen. Sie bewundert auch, dass ich mit über 1,60 noch ein Pony reite. Das soll auf keinen Fall böse gemeint sein. Es ist süß. Ich hoffe, meine Armbänder gefallen dir. Das ist also doch ein Armbänder des anderen. Aber es passt an den Armbänder. Nee, ist schon okay. Schon gelassen. Achso, hier. Das Kleine soll ein Donut sein. Du kannst ihn dir an deinen Schlüssel hängen oder machen. Oder an was anderes. Achso. Okay. Das ist ein Donut. Nicht kaputt machen. Na. Okay. Ähm. Sie hofft, dass ich und Solido noch lange so ein tolles Team bleiben. Und dass mir natürlich YouTube noch lange Spaß macht. Bevor sie es vergisst, sie hat eine Pflegebeteiligung, die Lucky heißt. Der ist auch ein Fuchs. Sehr süß. Sie hat leider gerade kein Foto da. Sie fragt mich, wie mir die Bilder gefallen. Die gefallen mir sehr gut. Und sie hat sich Mühe gegeben, super Fotos zu finden. Naja. Bei mir wäre das nicht sonderlich schwer. Ähm. Ich habe immer so schöne Bilder von mir und Solido. Sie weiß, dass auf den Bildern nicht nur Solido ist. Aber sie hofft, dass es mir trotzdem gefällt. Ihre Schwester und sie würden sehr, sehr gerne Autogramme von mir bekommen. Und fragen, ob das möglich wäre. Sie würden sich wahnsinnig freuen. Sie hofft, dass Solido und ich alles erreichen können, was wir uns vorgenommen haben. Liebe Grüße, Sarah und Filine. Vielen lieben Dank, liebe Sarah und liebe Filine. Ich schicke euch natürlich auch was zurück. Und ja, das Band habe ich mir schon angezogen. Ich kann jetzt auch eine ganze Lumenband-Sammlung aufmachen. Habe ich sogar auch noch zu Hause. Wenn das so weitergeht, wirst du den nächsten Waff beim Pee trinken. Ja, auf jeden Fall. So. Jetzt gibt es einen Brief für Mare. Also für mich, aber der Mare macht den auf. Was? Von Beatrix aus Weichshufen. Weichshufen. Und was heißt A-I-C? Ich weiß nicht. Vielleicht werden wir es ja noch erfahren. Du bist auf jeden Fall ein Wärchen vorne drauf. Ja. Auf jeden Fall auch ein Rückumschlag bei. Für das Autogramm von dir. Danke, im Voraus. Ich stecke den jetzt nur schon mal hier direkt rein, damit er nicht verloren geht. Auch ganz süßes Briefpapier. Liebe Anja, ich würde mich mega freuen, wenn du immer weitermachst mit YouTube. Du bist eins meiner reiterlichen Vorbilder. Mir würde es sehr viel bedeuten, wenn du mir ein Autogramm schicken würdest. Deine Bea, ich hab dich lieb. Das ist echt süß. Danke schön, liebe Bea. Natürlich bekommst du auch dein Autogramm zugeschickt. Und ja, total süß ist es ein Aufkleber. Ja, total süßer Aufkleber und ein auf deinem Brief. Danke schön. Ich hätte jetzt trotzdem interessiert, was A-I-C heißt. Aber vielleicht können wir es einfach googeln und so finden wir es hinaus. Hinaus. Heraus. A-I-C. Und dahinter steht wie? Nee. Walchshufen. Möchtest du eine Postleiter? So, ich habe hier den nächsten Brief. Der ist von Kimberley aus Hamburg. Den mache ich jetzt erstmal auf. In meinem tollen Brief. Oh, alles kaputt. Nein, Spaß. So, hier habe ich erstmal einen Rückumschlag. Vielen Dank. Dann habe ich ein Armband und zwar ist das wie früher ein Freundschaftsband geknüpft. Meine große Schwester hat das immer ganz, ganz viel gemacht. Die hatte sogar ein Buch darüber, wie das geht. Ich konnte das nicht. Ich habe das nicht hinbekommen. So sieht es aus. Es ist so geknüpft. Süß. Ja, das ist echt schön. Ja. Und hier hat es noch. Vielleicht kannst du es auch direkt anziehen. Wenn mir das übers Handgelenk passt. Ich habe eine sehr große Hand. Aber das hat einen Verschluss. Ja. Sonst machen wir das nochmal in Ruhe. Hier habe ich auf jeden Fall ein Bild von ihr bekommen. wo ich mit Solido zusammen drauf bin. So. Und dann gibt es hier noch einen Brief. Das ist auch schön. Und zwar, ich kann euch den ja erstmal zeigen. Da unten sind noch zwei Bilder drauf. Die schreibt Hallo Anja. Sie heißt Kimberly und ist 13 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Sie reitet seit sieben Jahren und hat eine Reifbeteiligung. Sie findet es super, dass ich mit Solido so viele verschiedene Sachen mache, wie Spring, Dressur, Bodenarbeit und so. Sie findet es auch echt toll, dass ich Solido und die anderen Ponys in einem Offenstall halte. Meine YouTube Videos guckt sie super gerne, weil ich immer nett, fröhlich und freundlich überkomme. Die Bilder von den Fotoshootings sind immer mega hübsch. Wir sind beide ein super tolles Paar und ihr Wunsch wäre es, mich mal zu treffen und ein Foto mit mir zu machen. Sie würde sich freuen, wenn ich ihr vielleicht eine Autogrammkarte schicken könnte. Viele Grüße von Kimberly. Und da auf dem Foto ist sie selber mit einem Haflinger und in dem Herz steht Solido und Anja. Vielen Dank, natürlich bekommst du auch Antwort von mir. Und ich hoffe, du freust dich, dass wir dich in diesem Video erwähnen. So, du bekommst jetzt einen großen Umschlag. Da, von Jennifer. Von Jennifer aus Dresden. Ja. Ja, geht auch so. Geht auch so. Sag ich jetzt so, geht auch so. Und dann... Mit Computer geschrieben. Kann man sich nicht beklagen, dass man nichts lesen kann oder so. Das hat, glaube ich, die Kira gemacht. Also, nicht die Kira. Die Kira... Wie heißt sie denn im Nachnamen? Sein Schiff. Ihr seid ein Spitzenteam, Peter. Flugumschlag ist auch dabei. Den steckt hier direkt dabei. Ja. Das waren übrigens zwei Endschleifen, ne? Ich muss immer sagen. Schatz. Nicht kleckern klotzen. Genau. Liebe Anja, ich schaue jedes Video von dir und finde sie alle toll. Deshalb bitte ich darum, dass du die Fanpost bitte etwas ausführlicher machst. Zum Beispiel, wie sie so geschrieben haben und ob sie auch ein Autogramm wünschen. Übrigens fand ich die drei Tage in Ostbevern bei der Bundesschau sehr, sehr toll. Und auch das Fotoshooting unter dem Magnolienbaum sehr toll. Aber auch das Barockfestival mit Solido in Köln. Achso, aber auch das Barockfestival mit Solido. Du bist auch mega gut bei der Eröffnungsfeier der EM geritten. Hast auf Amara sehr gut unter Kontrolle gehabt. Daumen hoch für deine Videos. Das machst du echt klasse. Finde jedes neue Video toll. Schaue manchmal auch doppelt und dreifach. Weil sie einfach so mega toll sind. Hoffe, dass in nächster Zeit viele Videos kommen. Ich reite selbst an kleinen Spaßturnieren mit. Zum Beispiel in Pulsnitz. An der Fühlzügeklasse mitgemacht. Habe auch schon zweimal gewonnen. Glückwunsch. Und habe sonst auch einen guten Platz gelegt. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an dich. Reitest du auch ein anderes Pony von dir außer Solido? Wann ist dein nächstes Turnier? Kannst du mir bitte ein Autogramm schicken? Umschlag und Briefmarke sind dabei. Danke schon mal im Voraus und viele Grüße von mir an Solido. Vielen lieben Dank. Das war ja ein echt netter Brief. Und natürlich bekommst du auch deine Antwort und dein Autogramm. Und da beantworte ich dir natürlich auch die Fragen. Jetzt haben wir noch einen sehr großen Brief. Die. Aus. Ach Quatsch. Wollte jetzt meine eigene Adresse sagen. Ok. Ok. Probier mal. Ok. 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 So süß! Oh das ist so ein... Stofftierfälter ja so wie ein Mickey auch wo hier steht. Toy place. We like to play. Das hat so Kerner-Kugeln. Ja, so wie Sand ist das drin. Das ist wirklich süß. Vielleicht ist das ja auch so ein Wärme-Ding. Das glaube ich nicht. So, das war der Umschlag. Also erstmal ist hier ein kleines Schildchen drin von Elisa, Anja und Solido. So ein Kärtchen ist hier drin gewesen. Das ist das Pferdchen, was sie mitgeschickt hat. Das ist total süß. Hier haben wir noch ein Kärtchen, Anja und Solido. Da steht aber noch was drin drauf. Aber ganz klein. Von Nathalie. Unter Nachname. Also das ist von Elisa, das ist von Nathalie. Hier haben wir noch ein Bild von Elisa. Das ist so durchgedrückt, weißt du? Wenn du sowas dahinter hast, so Formen, dann kann man da so drüber malen und dann wird das so durchgedrückt. Könnt ihr das sehen? Da steht auf jeden Fall Anja. Und hier ist noch ein Bild. Anja und Solido. Solido in Schwarz-Weiß. Solido und Anja sind die Besten. Dieses Bild hier. Vielen lieben Dank. Und hier haben wir... Achso, Seite 2, Seite 1. Und hier gibt es noch ein Bild. Liebe Anja, ich bin Elisa und bin Nathalies Schwester. Ich bin 9 Jahre alt. Wie geht es dir und wie geht es Solido und deinen anderen Ponys? Solido und Anja sind die Besten. Von Elisa für Anja. Sie hat sie gemalt und sie hat auch ein Eichhörnchen aufgeklebt. Das ist der Brief. Und die Bilder. Echt süß. Und hier ist der Brief. Okay, das war jetzt von Elisa und der Brief ist von Nathalie. Ich bin Nathalie 13 Jahre alt und wohne in Rheinland-Pfalz. Sie ist ein riesen Fan von mir und ihre kleine Schwester auch. Sie ist immer sehr hinterher die Videos mit Solido etc. anzuschauen und lernt auch sehr viel davon. Sie findet es super, dass ich einen YouTube-Kanal habe und bei RaiTV mitmache. Sie hat ein paar Fragen an mich, die ich hoffentlich beantworten werde. Erstens. Wirst du weiterhin Ponys kaufen und ausbilden, so wie Granatsplitter? Also wenn ich die jetzt beantworten soll, erstmal auf jeden Fall nicht. Ich meine, man weiß nie, was die Zeit bringt, aber im Moment erstmal nicht. Zweitens. Wirst du noch weiter Solidos Stammbaum herausfinden und Verwandte zu dir holen, wenn du welche findest? Ja, ich gucke immer mal weiter. Also ich will jetzt nicht noch mehr Ponys dazu holen, aber den Stammbaum finde ich natürlich sehr interessant und da werde ich auch weiter Nachforschungen anstellen. Drittens. Hast du schon einen Pony gehabt, als du noch ein Kind, Teenager, Halb-Erwachsener warst? Und wenn ja, wie hast du es geschafft, deine Eltern zu überzeugen? Nein, meine Eltern haben mir keinen Pony gekauft und auch kein Pferd. Und ich habe Solido mir selbst gekauft, als ich dann 18 geworden bin. Ich konnte meine Eltern also nicht überzeugen. Das waren erstmal meine Fragen. Wenn du Zeit hast, freue ich mich, wenn du antworten würdest. Und sie wollte sich nochmal bei mir entschuldigen, wenn sie mich mit ihren vielen Fragen auf Instagram belästigt. Du belästigst mich doch nicht. Sie kann es auch verstehen, wenn ich so genervt reagieren würde, weil es ja so viele Fragen sind und man könnte ja auch ein paar Bilder weiter unten gucken. Daran muss ich mich mal selbst halten. Also generell könnt ihr natürlich Fragen über Instagram stellen. Natürlich gibt es auch viele Fragen, die schon mehrfach beantwortet sind. Natürlich. Das heißt, wenn man ein bisschen die Bilder durchscrollt, findet man seine Antworten auch manchmal selber. Aber generell könnt ihr mir natürlich trotzdem direkt Nachrichten schreiben und eure Fragen stellen. Sie weiß nicht, ob ich es weiß, wer sie ist, aber sie ist die, die komische Fragen stellt. Ihr Profil heißt this.is.natalie. Also thisis.natalie und zwei Punkte dazwischen auf Instagram. Jedenfalls sind sie riesen Fans von mir und ihre Schwester und sie würden sich freuen, wenn ich ihnen beiden antworten würde. Da hat sie nochmal die Adresse hingeschrieben, dass sie sich auf eine Antwort freuen und hoffen, ich freue mich über Solido in klein. Meint ihre Schwester. Total. Stimmt sogar, ne? Guck mal, die Mädels. Süß. Und hier steht nochmal Solido unten. Ich zeig's mal nur so, weil die Adresse noch draufsteckt. Vielen lieben Dank. Ja, ich schreib euch natürlich zurück, hab mich auch sehr über das Fährchen gefreut und ihr bekommt natürlich eure Antworten. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Damit ist der August auch vorbei. Er war jetzt ein bisschen kürzer als die anderen beiden Monate. Und ja, wir machen dann danach mit dem September weiter und hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss. Bis später.